In diesem Video stelle ich euch meine persönliche Geschmackserfahrung mit der Flesti Zartbitter Orangengeschmackspulversorte vor. Duften tut es erstmal nur nach Schokolade, vom orangigen Part merkt man gar nichts. Das Pulver selber ist relativ fein und enthält keine Stückchen. Getestet habe ich das Pulver in einer Mischung aus Joghurt und Dopfen. Da habe ich auf 200 Gramm einen halben Teelöffel von Pulver hinzugefügt. Während des Umrührvorgangs hat man auf jeden Fall schon mal deutlich rausriechen können, dass auch noch Orange im Pulver enthalten ist. Geschmacklich kommt es richtig gut zur Geltung. Es erinnert mich an die Soft Cakes, wobei es hier absolut nicht künstlich schmeckt, sondern richtig fruchtig, erfrischend und fein nach Orange und auch minimal nach Schokolade. Den zweiten Test habe ich in Haferflocken gemacht. Hier kommt der Geschmack nicht ganz so intensiv durch. Man schmeckt zwar schon noch diesen typischen Soft Cake Geschmack, sprich Schokolade und Orangengeschmack, aber ich finde, dass es bei der Dopfenjoko Creme einfach viel mehr zur Geltung kommt. Dennoch hat man auch hier einen erfrischenden, orangigen und leicht schokoladigen Geschmack. Im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall von dieser Sorte überzeugt und wer gerne Soft Cakes mag bzw. einen feinen Orangengeschmack liebt, dem könnte dieses Geschmackspulver ebenso Freude bereiten.